A 2.4. Unter den Kreisen K gibt es einen Kreis K0 mit maximalem Umfang Umax. Berechnen Sie Umax. So, was heißt jetzt nochmal genauer? Wir brauchen einen Kreis und wir müssen den Umfang berechnen. Schauen wir uns vielleicht erstmal in der Formelsammlung an, was für eine Formel wir dazu brauchen. Wir gehen also zum Kreis und da sollte eigentlich normalerweise drinstehen, wie man den Umfang berechnet. Also Umfang berechnet sich aus zweimal dem Radius mal Pi. Pi ist eine feste Größe, die verändert sich nicht. Wann wird dieses Ding also maximal? Ja, wenn der Radius maximal wird, das ist noch die einzige Größe, die sich in dieser Formel verändern kann. Schauen wir uns nochmal hier die Kreise an, um sich das ein bisschen vorzustellen. Hier haben wir unseren eingezeichneten Kreis für x gleich 7. Aber theoretisch könnte auch der Kreis irgendwo hier liegen. Und da sehen wir jetzt schon, der Kreisumfang ist wesentlich kleiner. So, aber jetzt ist natürlich die Frage, wann ist der maximal? Im Prinzip schon vorher genannt, wann der Radius maximal wird, beziehungsweise zweimal der Radius ist nichts anderes als der Durchmesser. Und von diesen Kreisen wissen wir, der Durchmesser ist die Strecke P1Q1. Also müssen wir herausfinden, wann wird diese Strecke P1Q1 maximal? Die Strecke P1Q1, also die allgemeine Strecke, haben wir hier schon aufgeschrieben, beziehungsweise steht in der Aufgabe 2.3. Und genau die brauchen wir jetzt, weil wir müssen herausfinden, wann wird diese Strecke maximal? Wir schreiben also nochmal auf, Umax berechnet sich aus 2 mal der Radius. Der Radius war im Prinzip die Hälfte von der Strecke P1Q1. Also wir können schreiben P1Q1, also wir können schreiben P1Q1 geteilt durch 2 und hinten dran nochmal P. So, P1Q1 mal durch 2 oder mal 2, das hebt sich im Prinzip weg, das kann man wegkürzen. Weil wir wissen ja auch, P1Q1 ist der Durchmesser, also auch kürzer geschrieben P1Q1 mal Pi. So, wann wird P1Q1 maximal? Wir brauchen also die minus 0,25x² plus 2,75x minus 1,5. So, wer einen geeigneten Taschenrechner hat, der kann mit dem Wort maximal schon sehr viel anfangen. Nämlich, viele Taschenrechner können das Maximum oder das Minimum eines quadratischen Terms berechnen. Falls jemand den Taschenrechner nicht zur Verfügung hat, es ginge zum Beispiel auch mit der quadratischen Ergänzung. Oder in der Formelsammlung steckt meistens noch eine tolle Formel drin, nämlich die vom Scheitelpunkt. Ein Scheitelpunkt ist nichts anderes als das Maximum bzw. das Minimum einer quadratischen Funktion. Also da verbirgt sich gleichzeitig dieses Maximum oder bzw. das Minimum dahinter. Der Scheitelpunkt steht auch meistens in der Formelsammlung noch mit drin und können wir daraus super übernehmen. Wir haben unsere Variablen a, b und c und bei einer quadratischen Gleichung, oder hier in dem Fall einem quadratischen Term, ist der Faktor vor dem x² immer mein a, der Faktor vor dem x immer mein b und die Zahl ohne x immer mein c. So, jetzt brauche ich nur einsetzen. Scheitelpunkt ist also minus b, das heißt minus 2,75, geteilt durch 2 mal a, also 2 mal in Klammern minus 0,25 und die y-Koordinate ist in dem Fall c, also minus 1,5, minus b², das sind 2,75², geteilt durch 4 mal a, also 4 mal minus 0,25. Ja, das einfach über den Taschenrechner ausrechnen, dann kriegt man für die x-Koordinate 5,5 und für die y-Koordinate 6,06. So, die x-Koordinate brauchen wir eigentlich gar nicht, welcher heißt in der Aufgabe, gibt nur den maximalen Umfang an, berechnen Sie Umax, die zugängliche x-Koordinate ist nicht gefragt. Aber Achtung, wir sind noch nicht fertig, wir kennen jetzt momentan nur die x-Koordinate und hier die y-Koordinate, das ist unsere längste Strecke PnQn. Ja, für x gleich 5,5 haben wir eine Streckenlänge von 6,06 Längeneinheiten. Und die setzen wir jetzt nach oben in unsere eigentliche Umfangsformel ein. Also Umax ist gleich PnQn, das waren hier die 6,06, mal Pi. Das tippen wir jetzt in den Taschenrechner und dann kommt raus 19,04 Längeneinheiten. So, das ist unser maximaler Umfang. Sollte es minimal von einer angegebenen Lösung abweichen, dann liegt es einfach daran, dass wir hier den Durchmesser im Prinzip gerundet haben im Ergebnis. Ja, sind wir soweit fertig. Ja, sind wir soweit fertig.